Wie ihr seht, befinde ich mich gerade im Aquafrack Aquamania in Bulgarien. Hier gibt es viele verschiedene Rutschen und ich werde sie heute für euch mal ausprobieren und bewerben. Ich stehe jetzt hier vor der Rutsche Drops Light und ich werde sie sofort mal ausprobieren. Das Besondere ist, dass man am Ende kurz reinfallen hört und ins Wasser fällt. Das Besondere ist, dass die Rutschen und die Rutschen und die Rutschen und die Rutschen und die Rutschen. Mir hat die Rutschen sehr gut gefallen und am besten fand ich nur, dass man am Ende halbis Wasser gefallen hat. Tschüss! 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 Tschüss!